Charles Bukowski, Szenen aus der großen Zeit 1. Die Neuen mussten immer die Taubenscheiße wegmachen. Und während man sich mit der Taubenscheiße abmühte, kamen auch schon wieder die Tauben an und schissen einem in die Haare und ins Gesicht und auf die Kleider. Man bekam keine Seifenlauge, nur Wasser und eine Bürste. Und die Scheiße ging schlecht wieder ab. Später kam man in die Werkstatt und arbeitete für drei Cent die Stunde. Aber als Neuer musste man zunächst mal die Taubenscheiße ran. Ich war mit Blaine zusammen, als er die Idee hatte. Er sah eine Taube in der Ecke. Der Vogel konnte nicht mehr fliegen. Hör zu, sagte Blaine. Ich weiß, dass diese Vögel miteinander reden können. Lass uns mal diesem Vogel was mitgeben, was er den anderen sagen kann. Wir nehmen uns den Kerl vor und schmeißen ihn da aufs Dach rauf. Dann kann er den anderen erklären, was läuft. Okay, sagte ich. Blaine ging hin und hob den Vogel auf. Er hatte eine kleine braune Rasierklinge bei sich. Er sah sich um. Wir waren in der schattigen Ecke des Gefängnishofs. Es war ein heißer Tag und ziemlich viele Häftlinge hielten sich da in der Ecke auf. Möchte mir einer von den Gentlemen bei dieser Operation assistieren? Fragte Blaine. Es meldete sich keiner. Blaine fing an, dem Vogel ein Bein abzuschneiden. Starke Männer wandten sich ab. Ich sah, wie der ein oder andere die Hand an die Schläfe hob, um sich die Sicht zu verdecken. Was zum Teufel ist los mit euch Typen? schrie ich sie an. Wir haben es satt, ständig Taubenscheiße ins Haar und in die Augen zu kriegen. Wir verpassen dem Vogel einen Denkzettel und schmeißen ihn aufs Dach da rauf, damit er den anderen mal klar machen kann, das sind gemeine Motherfucker da unten. Kommt ihnen nicht zu nahe. Das Vieh wird diesen anderen Tauben klar machen, dass sie aufhören sollen, uns voll zu kacken. Blaine warf den Vogel aufs Dach. Ich weiß nicht mehr, ob die Sache funktioniert hat, aber eins weiß ich noch. Während ich am Schrubben war, kamen mir diese beiden Taubenfüße vor die Bürste. Sie sahen sehr merkwürdig aus, ohne den Vogel dran. Ich fegte sie in die Scheiße. Zwei Die meisten Zellen waren überbelegt und es hatte mehrere Rassenkrawalle gegeben. Sie holten Blaine aus meiner Zelle und steckten ihn in der Zelle mit dem Schwarzen. Als Blaine dort reinkam, hörte er, wie einer der Schwarzen sagte, Ja kommt meine Schwuchtel, jawohl Mann, den mach ich zu meiner Schwuchtel. Ja eigentlich könnten wir alle ran und uns ne Nummer genehmigen, was? Baby, was machst denn du so? Mach mal einen Strip oder müssen wir dir helfen? Blaine zog sich aus und legte sich flach auf den Bauch. Er hörte, wie sie um ihn rumgingen. Mann Gottes, so ein hässliches Loch habe ich selten gesehen. Ich kriege keinen Hochbeuer, ich bring's einfach nicht. Meine Güte, der sieht aus wie eine kranke Dagnaht. Sie gingen alle weg und Blaine stand auf und zog sich wieder an. Er erzählte mir es auf dem Hof. Ich hatte Glück, die hätten mich in Fetzen gerissen. Bedank dich bei deinem hässlichen Loch, sagte ich. 3. Dann war da noch Sears. Sie steckten Sears zu einer Meute von Schwarzen in die Zelle und Sears sah sich um und legte sich mit dem Größten von ihnen an. Der Große lag auf der Pritsche. Sears machte einen Satz und landete mit beiden Knien auf seiner Brust. Sie kämpften. Sears machte ihn fertig und die anderen sahen einfach zu. Diesem Sears schien alles egal zu sein. Draußen auf dem Hof ging er in die Hocke, schaukelte langsam hin und her und rauchte eine Kippe. Er sah einen Schwarzen an, lächelte und blies den Rauch durch die Nase. Weißt du, von wo ich bin? fragte er den Schwarzen. Der Schwarze gab keine Antwort. Ich bin aus Two Rivers in Mississippi. Er inhalierte, hielt die Luft an, blies den Rauch durch die Nase, lächelte und schaukelte hin und her. Da unten wird's dir gefallen. Dann flippte er die Kippe weg, stand auf, drehte sich um und ging über den Hof. Vier Sears hatte es auch auf weiße Jungs abgesehen. Sears hatte so komisches Haar. Es sah wie angeklebt aus und es stand nach allen Seiten ab, ein schmutziges Rot. Er hatte eine Messernarbe quer über die eine Backe und seine Augen waren rund, sehr rund. Ned Lincoln sah aus wie 19, war aber 22. Schiefes Maul, Buckel und ein weißer Film ging halb über sein linkes Auge runter. Als der Junge am Tag seiner Einlieferung zum ersten Mal auf den Hof kam, kriegte ihn Sears sofort spitz. »Hey, du!« brüllte er hinter dem Jungen her. Der Junge drehte sich um. Sears zeigte auf ihn. »Du! Ich nehm dich in die Mangel, Mann! Stell dich schon mal drauf ein! Morgen bist du dran! Ich nehm dich in die Mangel, Mann!« Ned Lincoln stand einfach da. Er begriff nicht recht. Sears fing mit einem anderen Häftling eine Unterhaltung an, als hätte er die ganze Sache schon wieder vergessen. Aber wir wussten, dass er sie nicht vergessen hatte. Es war einfach so seine Art. Er hatte seine Erklärung abgegeben und das war's. Abends in der Zelle nahm einer den Jungen beiseite. »Sieh dich besser vor, Kit. Der meint es ernst. Besser, du besorgst dir was.« »Was?« »Na, du kannst dir ein kleines Messerchen machen. Nimm dir den Griff vom Wasserhahn und schleifst ihn auf dem Zement, bis er scharf ist. Für zwei Dollar kann ich dir auch eine richtig gute Klinge verkaufen.« Der Junge kaufte die Klinge, aber am nächsten Tag blieb er in der Zelle. Er kam gar nicht raus auf den Hof. »Der kleine Scheißer hat Angst!«, sagte Sears. »Ich hätte auch Angst!«, sagte ich. »Du würdest rauskommen!«, sagte er. »Ich würde drinbleiben!«, sagte ich. »Du würdest rauskommen!«, sagte Sears. »Okay, ich würde rauskommen!« Sears ging ihm am nächsten Tag im Duschraum an den Kragen. Keiner sah was. Man sah nur das frische rote Blut, das mit dem Seifenschaum und dem Wasser in den Gulli floss. 5. Manche Männer sind einfach nicht klein zu kriegen. Sogar das Loch bringt sie nicht zur Vernunft. Joe Statz war so einer. Er saß schon so lange im Loch, dass es wie eine Ewigkeit schien. Der Gefängnisdirektor hatte einen Narren an ihm gefressen. Wenn er Joe klein kriegte, dann würde er die übrigen Männer besser an die Kandare bekommen. Eines Tages kam der Direktor mit zwei von seinen Leuten an. Sie hoben den Deckel ab und der Direktor kniete sich hin und brüllte zu Joe runter. »Joe! Joe, hast du genug? Willst du rauskommen, Joe? Wenn du jetzt nicht raus willst, Joe, dann dauert es sehr lange, bis ich wiederkomme.« Es kam keine Antwort. »Joe! Joe, hörst du mich?« »Ja, ich höre sie schon.« »Also, was ist deine Antwort, Joe?« Joe packte seinen Kübel voll Scheiße und Pisse und kippte dem Direktor das Zeug ins Gesicht. Die beiden Leute des Direktors machten den Deckel wieder drauf. Soviel ich weiß, ist Joe noch immer da unten, tot oder lebendig. Es sprach sich rum, was er mit dem Direktor gemacht hatte. Wir dachten oft an Joe, vor allem nachts. Sechs. Als ich rauskam, dachte ich, ich warte eine Weile und dann komme ich hier nochmal her. Ich werde mir es von außen betrachten und werde dann ganz genau wissen, was da drin läuft. Und ich werde diese Mauern anstarren und mir vornehmen, nie mehr dahinter zu landen. Aber als ich draußen war, ging ich dann doch nicht mehr hin. Ich sah mir es nie von außen an. Es ist wie bei einer miesen Frau, hat keinen Sinn, dass man nochmal hingeht. Nicht mal einen letzten Blick möchte man drauf verschwenden. Aber man kann drüber reden, das ist leicht. Und das habe ich heute ein bisschen getan. Macht's gut, Freunde. Drinnen oder draußen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Händler.